Ich war als Kind eigentlich immer ein Underachiever, einer der scheiße Fußball spielte, nicht unbedingt die Klassenschönheiten abbekam und nie, wirklich nie was gewonnen oder geschenkt bekommen hat. Deshalb habe ich so eine Art Grundhass gegen sogenannte Overachiever. Typen, die so geil kicken konnten, dass sie deswegen fast in der Nationalelf gelandet wären, schon mit 15, 16 in coolen Bands gesungen haben, die von Talententdeckern vom Fleck weg für irgendwas entdeckt wurden und am Ende auch noch mega erfolgreich wurden mit einem der lässigsten Jobs der Welt. Musik machen. Genau so einen treffe ich heute und muss mich bei Martin alias Materia alias Masimoto schwer zusammenreißen, mir nicht anmerken zu lassen, wie ich das alles finde. Und zu all dem darf er auch noch mit einem seiner besten Kumpels zusammenarbeiten. Christoph ist ein sehr guter Freund, kenne ich schon seit ich 12, 13 Jahre alt bin, aus meiner Heimat Rostock, das man ja merkt auch. Also mit rübergeholt sozusagen irgendwann. Ja, ich war genau, ich war als erstes so von unserem Freundeskreis aus Rostock in Berlin damals und ich glaube, Jörg kam, du kamst mit Stefan, ein Jahr später oder so. Also sind alle schon mit zehn Jahren, sind wir alle schon hier. Jörg hat dann diese tolle BWLer-Karriere eingeschlagen und dementsprechend arbeitet er jetzt im Management bei uns. Du bist gerade umgezogen, hast du erzählt. Ja, also praktisch gestern. Größere Wohnung, mehr Erfolg, größere Wohnung. Ehrlich jetzt? Wieso das? Ja, in großen Wohnungen, ich glaube, man muss sich klein machen, um große Lieder zu schreiben. Ja, also tatsächlich, ich finde es ganz geil, wenn man wieder, also ich habe sehr schön gewohnt und alles total ruhig und jetzt bin ich wieder mitten im dreckigen Kiez hier. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man schreibt, weil es einfach viel Inspiration hat, hier so diese ganzen Straßen. Ich habe ja damals meine erste Platte sozusagen auch hier in dieser Gegend, wo ich mit ihm zusammen gewohnt habe, geschrieben. Und es gibt immer ganz gute Songs, also so dieser Urban-Vibe. Ja, wie funktioniert das? Also du sitzt dann zu Hause und schreibst die Sachen und du gehst mal raus in der Gegend, dein Kiez checkt es ab und holst dir die Inspiration oder wie funktioniert das praktisch? Ich schreibe zu Hause gar nicht, aber du merkst es einfach so auf dem Weg zur Dusche schon, dass du einfach Ideen hast. Dann summst du irgendwas vor dich hin, wenn du Glück hast, kommen dann irgendwie noch fünf gute Wörter dabei raus, so ein Satz und dann baust du darauf halt irgendwie einen Song. Das klingt so simpel. Ja, aber es muss ja erst mal kommen. Ja. Der Weg zum Klo, der muss ja, es muss ja erst mal laufen, dass es so irgendwie so funktioniert, aber es funktioniert tatsächlich. Du hast gestern auch gerade wieder ein neues Lied sozusagen eingefallen. Auf den Weg zum Klo oder zur Dusche? Auf den Weg raus aus der Wohnung sozusagen. Also es geht um Umzüge in dem Song. Nein, aber so, es kommt halt einfach, ich glaube so dieses Umfeld hier, auch wenn einem öfter mal was nervt, also wenn alles so geil ist, ist es halt auch nicht so, ist Musik irgendwie nicht so geil. Es muss auch ein bisschen ranzig sein. Ich reite ein, meine Schuhe sind von der Aschenfahrt, doch heute Abend sucht sich der Teufel neuner. Ich bin Feuermelder, Präsident von allen Pyromanen, kenne keine Grenzen und verbrenne alle Fahnen. Man macht Musik natürlich aus Spaß und aus Bock in erster Linie, wenn man jung ist und es hat einfach Bock gemacht, diesen Masimoto-Sound sozusagen zu machen. Mit der gepitchten Stimme und so. Genau, und einfach so ein bisschen oute Musik zu machen, die so ein bisschen out of ist und so ein bisschen oute Themen hat und so und nicht irgendwie irgendwas möchte, sondern einfach nur Spaß macht. Eine kleine Fühne, guckt doch mal vorbei, was da so geht. Eine kleine Fühne, kann nicht sein, dass keiner sie versteht. Ja, das kommt ja woanders her, kommt ja von einem anderen Planeten und ist ja sozusagen hier in Berlin gelandet und guckt sich diese Welt so an und so sieht er halt aus. Ich glaube, das ist ja gerade mein Vorteil, wo mich viele Künstler drum beneiden, dass ich halt, also tatsächlich, weil ich höre es auch von vielen meinen Freunden, dass sie halt immer fest sind auf ihren Dingen, was sie machen. Und ich habe halt einfach so ein wunderbares, ich kann Materia-Action, da kommt alles wie jetzt hier Interview und dies und das. Masi macht das nicht, gibt es das einfach nicht. Du kannst halt einfach zum Beispiel sagen, ich entspanne mich in einem Album, so ich mache das alles, ziehe das alles durch. Also das heißt nicht, dass Interviews uns so blöd sind, aber es ist einfach so, dass man halt einfach wahnsinnig Stress hat, wenn man auf Radioreisen geht und dieser ganze ewige, du musst ja ein bisschen auf deine Gesundheit achten und dass der Stress halt nicht zu viel wird und so. Und bei Masi gibt es halt einfach keine Interviews und nichts und also so Anti-Haltung, ohne jetzt irgendwie da was gegen zu sagen, aber einfach nichts zu machen und trotzdem kommen da so viele Leute auf die Konzerte. Also wenn du an deinen Platten hier arbeitest, wie sieht so ein normaler Tag für dich aus, also wann fängst du an, wie sieht deine Arbeit hier eigentlich aus, also wenn du da Produzenten auch sitzen hast, die dann mitarbeiten? Ja, wir sind ja Freunde alles, also wir haben, ich saß hier wirklich echt lange und man sitzt hier, wir gehen immer unten essen, wo wir nachher noch hingehen und du kannst dich in den Park setzen, da schreiben, hier schreiben, hier produzieren, da am Fenster rauchen. Das klingt ja mal alles wieder nach einem knallharten Job. Das ist alles super. Bei meiner Platte in Dänemark damals, da haben wir halt das Grundding gemacht, zum Beispiel welche Songs, wie die Songs heißen und was es geht, texten. Bauen die Jungs Beats und dann kommst du hierher und hier musst du es dann irgendwie klar machen. Also in diesem Raum muss man dann die Songs klar machen. Und die letzten Wörter, die letzten Sachen, feilen, feilen, da drüben wird aufgenommen und dann merkst du es halt, je besser es wird und je schneller es geht, desto besser ist natürlich, aber manchmal dauert es natürlich auch. Es gibt ja gewisse Songs, gerade auch bei der Materia-Platte, die so ein Gefühl angreifen. Song über meinen Sohn, Song über den Tod, das sind alles jetzt keine Lieder, die man einfach so niederschreiben kann, weil es immer diese Gefahr der Peinlichkeit natürlich gibt. Und was ich halt gerne vermeiden möchte, ich möchte nicht irgendwie so dieser Schmerz und Herz und mein Blut aufs Blatt. Ich finde, das Herz-Schmerz-Gefühl muss man erzeugen können, ohne achtmal das Wort Herz zu sagen. Also das ist schon sehr wichtig, finde ich, dass man trotzdem alles, was man macht, mit Eiern macht einfach, dass man irgendwie, dass die Songs einen Inhalt haben und dass es irgendwie was Besonderes ist. Und dass auch egal, wie hart das Thema ist oder wie schlimm, dass man auch immer so mal lachen kann, dass man einfach so sagt, ey, das ist coole Mucke. Das hat Wert, das ist wertvoll für mich. Und irgendwann ruft dann Campino an. Den habe ich getroffen von einer Weile bei einer Veranstaltung. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich sagte, ich habe Martin angerufen, weil ich hatte Probleme mit Texten, große Probleme mit Texten. Und habe mich mit ihm in ein Hotelzimmer eingesperrt und Texte geschrieben. Wie war das für dich, dass Campino von den toten Hosen bei dir anruft? War das ein bizarrer Moment, war das ein surrealer Moment? War halt von seinem Umfeld, die haben halt sehr wohl meine Platte abgefeiert, da auch alle seine Freunde und die haben das alle gehört. Und er hat es dann auch gehört und war halt inspiriert und fand die Musik gut, fand die Texte gut. Und war halt in so einer Schreibekrise so ein bisschen, obwohl er auch viele Sachen geschrieben hatte schon und die auch richtig gut waren. Und da waren auch schon viele Sachen am Start. Aber ja, wir haben dann halt zweimal so Songwriting-Camps halt auch gemacht und so. Und ich glaube, da ist es halt sehr wichtig, da kannst du jetzt nicht einfach so auf so einer Berufsebene irgendwie so, ich habe ja mal einen Songwriter, du musst dich einfach verstehen und wir haben uns einfach verstanden. Und er ist einfach ein cooler Typ, wo ich sehr viel sehe, auch irgendwie Ähnlichkeiten in Sachen, wie man emotional mit seinem Publikum ist und so. Und wie der halt einfach so ist, der ist halt einfach ein ehrlicher Mensch. So ein ganz Grund auf ehrlicher Mensch, also der erzählt dir keine Scheiße und macht das, was er macht, das macht er. Und wenn er Fehler macht, dann steht er dazu ein. Das ist halt echt so wahnsinnig gute Werte, die der vertritt. Und natürlich sind wir zum Fußball so nach Liverpool geflogen, haben uns Fußball angeguckt, haben geschrieben, haben in sehr schneller Zeit sechs, sieben, acht, neun Dinger geschrieben. Und ja, und die Platte ist erfolgreich geworden, weil sie glaube ich auch so ein Vibe hat, also weil das alles sehr für die toten Hosen ist. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, das ist, kannst du ja nicht einfach als Musik abstempeln. Das ist ja so in Deutschland schon echt sowas, das ist so. Institution. Und wenn man da noch durch so lange Zeit wiederkommt und mit einer Platte so, dann muss das natürlich auch richtig geil sein und das sind echt coole Lieder auf der Scheibe. Von wegen Songwriting Camp und so, das klingt alles so ein bisschen, ja, abstrakt für mich. Das heißt halt so. Ja, gut. Für mich klingt es auch abstrakt eigentlich. Ich finde es auch so, aber ich höre das Wort. Hotelzimmer, ihr habt gesoffen und dann geschrieben oder was? So kann man das sehen. Aber es war dann auch trotzdem ein bisschen schöner als Hotelzimmer. Es war so richtig so aus Münsterland. Wo es halt so ein bisschen schöner war. Wo wir halt einfach so, das war dann schon so. Man nennt es halt so, wenn man mit mehreren Leuten ist, eigentlich ist es das ja nicht. Aber es ist wirklich abhängen, trinken, sich unterhalten. Ganz schön geile Idee, so ein Songwriting Camp. Selbst wenn man gar nicht die Absicht hat, Songs zu schreiben. Hallo, ihr. Hiermit möchte ich euch zu meinem Songwriting Camp einladen. Mitbringen. Gitarren als Alibi. Und gute Laune. Wir haben uns praktisch den ganzen Tag eigentlich unterhalten. Wir waren essen. Haben über seine alten Geschichten des Lebens, über meine Geschichten des Lebens gesprochen. Und haben dann eigentlich erst abends angefangen, zu hinzusetzen und zu schreiben. Aber dann haben wir halt richtig geschrieben. Man muss sich verstehen, wenn man halt ein Ziel hat. Ist jetzt nicht so auf Druck. Kaum redet man über Leute, mit denen man gerne zusammen Musik macht, kommt Ruth alias Miss Platinum rein. Mit der Maarten aktuell zusammenarbeitet. Ich will eins, eins, zwei. Lad mir Feuermänner ein. Feier in meiner Schnapsbrennerei. Tanz auf meinem eigenen Feuerball. Tanz in meinem Teflonkleid. Hast du sie schon mal mitgenommen nach Rostock eigentlich? Also geht das so weit? Ja, wir haben gesprayt beide in Rostock. Ja, beide gesprayt? Und auch weiter eine Anzeige. Ja, ihr Rebellen hier. Was habt ihr denn gesprayt? Unsere Logos. Ja. Was man halt so macht. Großartig. Wohin? Mit laufender Kamera, also vor laufender Kamera. Okay. Na, an so, keine Ahnung, so Strom. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir sagen das nur. Ja, ja, ja. Wir müssen ja wieder gucken. Ihr habt doch die Anzeige schon. Jetzt ist es auch egal. Ja, aber sie hat das irgendwie so geschafft, dass da jetzt nichts mehr kam. Achso. Ich glaube, mit einfacher Ignoranz seit einem Jahr haben wir es geschafft. Ja, einfach nicht drauf reagiert. Aber tatsächlich waren die sehr hartnäckig, die Polizei Rostock. Und ich war jetzt auch mal da. Da sieht man ja auch nichts mehr. Also dementsprechend kam auch da keiner was. Musstest du es selber überpenseln? Nee, ich nicht. Ihr habt schon gesagt, dass ihr eigentlich die ganze Zeit irgendwo gefüttert werdet, Catering-mäßig und so. Kocht ihr denn? Ja. Ja, sehr gerne. Was denn? Also ich bin der Fischmann. Ich bin der Fischmann. Ich mag es und ich esse sehr gern Fisch. Hallo, ich bin der Fischmann. Also ganz ehrlich, damals den Saibling. Stimmt. Also was war das bitte für ein Fisch? Also das war wirklich so was von genial, wie das geschmeckt hat. Das war das Beste. Das war wirklich der beste Fisch. So gut. Auch zusammen? Ja, wir waren einkaufen. Wir beide haben sowas öfter mal gemacht. Gut, kann das schwer mit ihrem Freund machen. Aber deine Freundin auch hier, oder? Ich habe keine Freundin, natürlich. Natürlich nicht. Also ich bin tatsächlich Single. Seit wann? Schon länger. Acht Monate. Okay, das ist schon ordentlich. Acht, neun, zehn Monate. Single. Da kann man schon ordentlich was wegbumsen auf Tour. Single, ne? Das hast du gesagt. Und du hast gelacht. Ja, es ist ja immer dieses Ding, wenn man wieder lange singen ist, will man wieder eigentlich eine Beziehung haben, wenn man lange in einer Beziehung ist, will man wieder singen. Das ist natürlich totaler Quatsch eigentlich und klingt abgedroschen, aber irgendwie habe ich tatsächlich diese Abgedroschenheit in meinem Leben immer erfahren müssen und dass das wirklich dann auch die Realität wurde. Also dieses Groupie-Klischee, das gibt es doch noch, oder? Da bin ich aber gar kein Fan von. Ich finde das ganz cool. Also das habe ich tatsächlich, das finde ich, also dieses mit irgendwelchen Mädchen, 18, 19 jährigen Mädchen aus der ersten Reihe, das ist halt so eine Sache, die geht aber nicht. Also ich finde es schon, man muss sich mit einer Frau gut unterhalten können, es muss Spaß machen, es muss was im Kopf haben, aber tatsächlich, nur dann ist es auch schön, aber dann bin ich nicht verpflichtet, eine Beziehung zu führen. Aber ich finde es jetzt, also dieses Hip-Hop-Art-Ding mit komischen High-Heels-Mädchen, mit komischen, also 19-jährigen High-Heels-Mädchen mit komischen gefärbten Haaren, das ist nicht geil. Das würde ich sehr sexy finden, tatsächlich, wenn mir eine Frau morgens mein Matthias-Brot macht mit Gurken und rote Beete drauf und Zwiebeln oder eine Mett, als Kellner hier auch, also tatsächlich Mett mit Zwiebeln. Das haben wir beim Schreibcamp übrigens auch gemacht. Jeden Morgen Mett. Und dazu einen kleinen Wodka und schwarzen Kaffee. Also wenn du braut, wenn du braut, das macht morgens, dann ist es auf jeden Fall schon mal das Größte. Und sie muss alle Hauptstädte und Bundesländer können, ganz schnell. Wieso das denn? Das finde ich wichtig. Oh. Ich finde es bescheuert, wenn man sagt so, äh, Berlin. Bundesland? Brandenburg. Berlin. Das ist Berlin. Das ist logisch, oder? Das ist auch eine andere Stadt. Moment. Nordrhein-Westfalen? Wir gehen kurz nachdenken. Schwerin? Nee. Aha. Das ist Bonn? Nee, nicht. Köln. Ähm, hier. Ich weiß es. Ich glaube, da hat meine Schwester mal gemunt. Moment. Potsdam. Von welchem Bundesland? Brandenburg. Potsdam ist Brandenburg. Äh, keine Ahnung. Wiesbaden weiß ich nicht. Fragen wir mal was anderes? Hessen. Mastak oder so? Nee, ne? Die sind locker nicht Filmaterial bestimmt. Na ja. Wollen wir auch nicht. Lila Walden finde ich auch total scheiße eigentlich. Mardenruth, erklär doch mal, wer Wer ist, bitte. Also Berger. Äh, großartiger Gitarrist und Produzent. The Krauts. Äh, Monk. Produzent, Texter, The Krauts. DJ Ill-Vibe. Produzent und, äh, DJ. Und wenn man jetzt so Platten macht, zum Beispiel sowas wie Stadt Affe oder irgendwie für Materia und so weiter und die Sachen dann toll laufen, ähm, ist man dann, wird mit Stein reich davon? Äh, aber seid ihr nicht diplomatisch? Jetzt kein diplomatischer Quatsch oder so? Das gilt. Also von der Peter-Fox-Platte ist natürlich schon viel übrig geblieben. Mhm. Aber dafür gibt's halt eben auch immer so... Bei Materia ist natürlich... Nicht zu wissen. Ja. Nein, aber da, also so in der Summe klappt's auf jeden Fall, dass wir davon leben können. Also wir haben jetzt nicht alle fünf Ferraris und, was weiß ich, für Häuser. Aber es geht. Und einfach das weitermachen kann. Das ist eigentlich auch das einzige Ziel. Also davon reich werden auf Dauer ist, glaube ich, nicht drin. Ist einfach nicht. Aber das ist auch okay, solange man es irgendwie machen kann und keinen 9-to-5-Job machen muss, sozusagen, den man dann irgendwie nicht mag. Was wäre eigentlich bei euch so eine Alternative zu dem, was ihr macht? Ich wollte immer schon, wo ich jung war, einen Club haben. Riesen-Alternative. Naja. Einen Club halten. Einen geilen, coolen Club. Feiern auf anderer Ebene. Clubmaten. Woah! Ein Hipster-Club in Mitte. Nein, aber wirklich, ich wollte immer einen Club haben. Nein, ich bin da mehr so aussteigermäßig. Ich würde dann so im Blumenladen arbeiten oder so. Im Blumenladen? Ja, ja, so. Nichts mehr damit zu tun haben, was ganz anderes war. Kellnern geht gar nicht. Auch nicht schlecht. Gab es denn so Punkte, wo du den Blumenladen schon wolltest? Zwischendurch? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Eigentlich immer so nach jeder Platte. Will ich sagen, da gibt es immer so eine Phase, wo ich denke, so das war's. Tschüss. Und dann habe ich doch immer voll Bock. Und dann stehe ich auf der Bühne und rufe ich Marten an. Willst du nicht mitkommen? Und dann stehe ich da und denke, wie geil ist das denn? Ja. Das ist wirklich so. Hier Karl Lagerfeld. Von wo kam das? Das habe ich auch irgendwo gehört. Das Karl Lagerfeld. Dann habe ich mal die Platte in die Hand gedrückt. Du hast das? Achso. Da war noch nicht so viel Geld da und dann musste ich den so durch die Gegend fahren bei so einer komischen Fotoproduktion. Mhm. Und da habe ich die Platte dabei gehabt. So die ganz alte. Ja. Der konnte nicht weg. Nee, nee, nee. Er war voll interessiert gleich. Ganz lau. Also der ist insgesamt ein sehr, sehr interessierter Mensch. Mhm. Und der kam dann nächsten Tag an, hat mir kein Feedback gegeben, weil er bis dahin das wahrscheinlich geschafft hat und in seinem Fotowahn so war. Aber er hat mir dann von der, äh, was für eine Modenschau macht er nochmal? Was war anders? Chanel, oder? Chanel, genau. Und dann hat er mir tatsächlich einen Soundtrack von seiner letzten Chanel-Modeschau gegeben. Und das war unfassbar schlecht. Aber ich habe mich gefreut. Und alle anderen vom Produktionsteam kamen an und wollten sich das, äh, wollten das kopieren und brennen, sich auf ihre eigenen Seelissen. Und ich habe es dann final meiner Omi geschenkt. Und die hat sich gefreut. Kollektion Maggi Ruf, 1958-59. Auch besonders erfolgreich. Und wie war das jetzt mit der Materia-Platte? Also es gab jetzt kein Feedback einfach. Das war jetzt ja die Frage. Nee, er hat die Platte und ich gehe davon aus, dass er der größte Materia-Fan ist. Wer war bitte der Typ, der dich nach New York damals gelotst hat eigentlich? Wer war das? Also wo ist der dir? Seid ihr tatsächlich so klischeemäßig irgendwo auf der Straße gewesen? Hey, wirklich? Was? Ja klar. Hast du nicht gedacht, was passiert? Ja klar habe ich das gedacht, aber das ist ja trotzdem, also der hat jetzt auch sehr seriös gewirkt. Das war jetzt okay. War halt so ein Typ mit riesengroßen roten Haaren, verrückten Anzug an. Willst du machen? Das ist ja dann in der Mode-Szene seriös. Aber es war wirklich tatsächlich genauso. Und dann hast du das Angebot bekommen, ich meine, der sagt doch nicht auf der Straße, hey. Na doch, ich bin dann halt ins Büro gegangen und hab gesagt, ja okay, klar. Und dann bin ich wieder nach Rostock geflogen und meine Mutter alles besprochen. Ja, und dann war ich drei Monate später in New York. Dann bist du so Fotosessions mit Hugo Boss, zum Beispiel Diesel, also richtig große Klienten auch. Der erste Shooting war mit Claudia Schiffer zusammen, als Backing-Model. Das sind immer die Models, die so sitzen und dann, sie hat sich dann so draufgelegt und man ist dann immer so abgeschnitten bis hier. Ich war 18 und die einzige Gedanken, den ich die ganze Zeit hatte, wo ich wusste, dass ich das am nächsten Tag kommt, dass ich hoffentlich keinen harten kriege. Alles klar? Ja. Also es ist ja wirklich so, weil wenn man 18 ist, das ist auch kein Quatsch. Und auf einmal kommt eine in die Souze und das ist Claudia Schiffer, die damals in Deutschland so die Ikone der Mode war. Dann denkst du über nichts anderes nach, außer über dieses Thema. Also tatsächlich, wirklich. Und es hat geklappt. Hast du irgendwas präventiv gemacht? Nisiges. Bestimmt. Man hat ja einen Job und Aufregung und geht da immer so wahnsinnig aufgewegt und das, aber man hat halt wahnsinnige Angst davor. Aber hast du mit der dann auch gequatscht oder war die so ein bisschen so? Ja, die war richtig cool. War cool? Mhm. Man hört ja immer, dass die nicht so cool ist, aber ich fand die total nett. Die war richtig nett. Gab es auch so schäbige Jobs? Klar. Also man musste schäbige Sachen machen, um Jobs zu bekommen. Das ganz Schlimme war so eine Love Story, also das, was man aus der Bravo früher kannte, wenn man so mit einem Mädchen so verliebt über eine Brücke läuft mit so Sprechblasen. Und da war ich in der Seventeen Magazine heißt das in Amerika, diese Zeitschrift. Und da war ich mit so einem Mädchen über so eine Brücke mit so einem Pizzastück. Und am Ende haben wir dann von beiden Seiten die Pizza gegessen. Wo ich das dann gesehen habe in der Zeitung, das war auf jeden Fall ein bisschen sehr peinlich. Eure Eltern, ne? Deine Lehrer und Seefahrer? In der DDR früher ein ganz normaler Traumberuf gewesen. Ja. Weil es da so ziemlich der einzige Job war, wo man raus konnte. Wer auf einem Fischdampfer fährt, der muss aus einem besonderen Holz geschnitzt sein. Das ist natürlich alles zusammengebrochen dann mehr oder weniger nach der Wende. Was hat deine Mutter unterrichtet? Sport, Geschichte, Sozialkunde. Fährt ihr die Hosen an? Wo? Bei euch zu Hause? Nein, meine Eltern hab ich getrennt. Da war ich, keine Ahnung, elf, zwölf. Ich war dann bei meiner Mutter. Aber klar, mein Vater als Seefahrer bist du auch nur einmal im Jahr da. Oder zweimal im Jahr. Das ist natürlich nicht so schön, aber es ist halt auch der Job. Das muss man auch akzeptieren. Ist auch cool. Aber natürlich bin ich dann natürlich mehr bei meiner Mutter gewesen. Und klar. Und die war strikt? Autoritär? Ja, super. Meine Mutter ist die Beste. Du schüttelst den Kopf. Ich kenn die, die ist gar nicht autoritär. Die sind auf fünf oder sechs Festivals. Total nett und offen. Die fahren ab bis morgens um fünf. Kommt dann mit ihrem Wohnmobil. Und dann pennen die da auch. Sozialkundelehrerin. Voll geil. Das ist halt eine sehr linke, rote Familie. Und du bist in Rumänien tatsächlich aufgewachsen? Oder zumindest die ersten paar Jahre, ne? Vor allem wo? Acht Jahre, auf einer Wetterstation. Auf einer Wetterstation? Also eigentlich auf mehreren, ja. Warum? Weil meine Eltern Meteorologen waren. Cool. Ja. Ja. Jens, wenn wir außen gucken, zum Fenster, schneidet, und erst gar steigt, war der. Das ist nicht, aber auch mal hoffen, dass morgen, wenn ich besser wieder mit dem Kamerateam ein bisschen besser filmen kann. Der Ortswechsel ist extrem. Wir waren ja wirklich in den Bergen, in den Karpaten, auf irgendwie fast 2000 Meter Höhe, mit umgeben von Bären und Wölfen. Die gibt's ja da noch. Wirklich? Dieser Bursche sieht an und für sich ganz harmlos aus. Das einzige Tier, dem man besser nicht begegnen sollte, gilt als besonders sympathisch und niedlich. Meine Mutter ist auch mit dem Bären begegnet, ja. Das ist aber eine aufregende Kindheit. Also das klingt zumindest so. Ja, es war sehr abgeschieden. Also das war so die Seefahrer-Variante meiner Eltern. Weil da war es ja auch so, man war unbeobachtet. Und wir haben noch nur mit einer weiteren Familie gelebt und waren total autark. Also haben uns auch teilweise eben selbst versorgt und Brot backen mussten wir selber machen. Und eben dann die Tiere schlachten. Und da wurden dann so Sachen wie Öl und so eingekauft. Aber das meiste sonst haben wir dann da irgendwie alleine klargemacht. Wir hatten eine super Kindheit, weil wir waren immer draußen. Wir hatten irgendwie immer so Gerotze, wurde dann so zu Eiszapfen. Du bist fotografiert worden und das ist ja irgendwie auch ganz fett durch die Presse gegangen und so diese Geschichte. Mit Cora Schumacher beim Rumturteln. Ich will jetzt gar nicht wissen, was da war oder nicht, weil das total dämlich ist. Wollte ich auch nicht sagen. Eben. Aber das Ding ist, wie hast du dich gefühlt, als das plötzlich durch die Presse ging? Wie fühlt man sich da in so einem Moment? Tatsächlich habe ich das gar nicht. Es war ziemlich glücklich, mein Timing war sehr gut. Also Chris Berndt hatte da ein bisschen mehr Probleme mit, weil das war so, wo es damals zum ersten Mal dann groß auf dieser tollen Zeitschrift da war. Du bist in Urlaub gefahren, ne? Das war dann die Zeitung, die wir mit nach Spanien genommen haben, wo wir damals unsere Masimotto-Platte aufgenommen haben mit allen Kumpels. Aber weil ich mit ihm in der WG gewohnt habe, war das natürlich für ihn wahnsinnig stressig, weil die sich in das gegenüberliegende Haus haben die sich eingemietet. Paparazzi-Action unten auf den Straßen und alles, weil sie immer dachten, dass ich da wohne oder so. Wenn ich mal irgendwo einen Joint rauche, mein Gott oder so, wenn das irgendeiner fotografiert und das irgendwo hinkommt. Das weiß ja jeder, das ist ja nichts Neues mehr. Das ist ja fast schlimmer, wenn du keinen raust. Ja, das ist halt einfach so. Es geht nicht darum, dass du den ganzen Tag kippst. Es geht nur darum, dass man einfach Sachen macht, die alle Menschen so machen. Und somit hier mich auch bewegen und so verhalte ich mich auch im Umfeld. Genau, auch wie bei Peter Fox oder so. Wir fahren hier Fahrrad, sind hier im Kiez, fahren U-Bahn ganz normal und alles ist okay. Du kommst doch an, wie du dich gibst und was du für ein Mensch bist, glaube ich. Und mir ist es sehr wichtig, dass ich diese Freiheiten habe. Und wenn ich diese Freiheiten halt nicht habe, was ich damals so ein bisschen gemerkt habe, wo man dann so krass aufpassen muss. Das war auf jeden Fall nicht die Welt, die ich angenehm finde und schön finde. Mein erstes, wenn ich morgens aufwache, ist diese Seite. Der Fußballmanager, für wen rootest du eigentlich? Also so in erster Linie immer noch Hansa Rostock? Natürlich. Natürlich. Also wenn man da mal selber mit zu tun hat, ist das fast schon eine Todesstrafe. Die Heimat. Kann man, man kann gar kein Gefühl aufbauen für etwas anderes. Das ist doch unmöglich. Ja. Du bist ja verbunden mit deiner Heimat und deinem Fußballverein. Wenn du dann aber auch noch dein Leben lang gespielt hast, seitdem du sechs Jahre alt warst, dann ist doch klar, dass egal in welcher Liga dieser Verein spielt, ob es achte Liga ist oder erste Liga ist, bist du halt Fan von dem Verein, klar. Oder wenn man einen Verein halt doll lieben kann, kann man natürlich auch sehr viel hassen. Also man ist sauer über Sachen, über Umstände, über falsches Management und über Ergebnisse und so, klar. Aber weil wir halt zehn Jahre lang in der Bundesliga gespielt haben und halt als einzige Ostverein damals echt am Start waren. Aber es ist egal, also auch in der dritten Liga ist es schön. Besser, da sieht der Stylo aus hier. Ja, das ist so, da werden halt so Leute, meist Künstler und ihre Wohnungen vorgestellt. Da warst du doch auch mal. Nee, da war ich nicht. Du warst doch mal bei so einem Wohnungsding. Ja. Schöner Wohnen, oder? Nein. Von einem Freundin von uns. Ja, das war das bei RTL 2 mit diesen Messys. Genau, die Horder. Das ist ja eine tote Katze da unter dem Karton. Ja, dann guckt man halt wieder so. Wie sind das eigentlich? Das sind irgendwelche Künstler, die dann ihre Wohnungen zeigen? Genau. Oder ihre Ateliers. Crips. Ich bin halt so. Kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Das finde ich, weil das ist auch so dieses, guck mal. Ich weiß nicht, aber du sagst nachvollziehen. Ja, Fußball ist jetzt nichts am Hut. Jetzt muss ich also rausrücken mit der Wahrheit, was für ein Underachiever ich war. Fußballversager und so. Warum nicht? Ja. Wie kommt das denn? Ich weiß es nicht. Ich war scheiße in Fußball schon so in der Schule und so. Also im Gegensatz zu dir. Hat der Vater nicht mit einem mitgenommen ins Stadion? Nein, nein. Mein Vater hat mich immer mitgenommen zu Formel 1 Rennen. Oh. Das war auch eine andere Baustelle. Ich finde das halt total interessant, weil man irgendwie, weil es immer so gut zu den Leuten passt. Also wie die dann wohnen. Das heißt, du guckst sie dir auch schon mal an und denkst, wie wird der wohnen und dann kannst du es in den nächsten paar Seiten dir ansehen, ob du recht hattest. Ja. Ja. Ich gehe eigentlich schon sehr schnell immer auf die Bilder und ich hatte auf jeden Fall dann auch schon mal so eine Situation, dass ich dann einmal was gesehen habe und dachte so, ich muss jetzt meine Wohnung umstellen und dann habe ich alles umgeräumt. alleine. Die ganzen Möbel sind auch so Filzdinger. Darf man nicht vergessen, dass Ruth, das ist ein bisschen wie eine Krankheit halt auch. Also sie hat einen wahnsinnigen Putzfimmel, das ist noch richtig schlimm. Ja, okay. Putzfimmel ist auch was anderes. Es war auch so, dass ganz oft so Putzfrauen trotzdem so angestellt werden bei ihnen zu Hause, aber die werden nach einem Mal, hat es keiner, glaube ich, geschafft länger da zu sein. Ja. Krass. Du schmeißt die immer wieder raus. Naja, ja. Ich habe die halt ausprobiert und dann bin ich nach Hause gekommen. Dann war noch irgendwie Krümel auf dem Boden und dann, okay, tschüss, vielen Dank. Das ist so extrem. Du bist schon heavy. Naja, aber ich denke, wenn es jemand so macht, dass ich dann nochmal hinterher gehen muss, dann kann ich es auch selber machen. Man kann Dreck ja auch sehen. Man kann sich ja auch halbwegs einbilden. Man kann den Müll und Dreck aber auch einfach zum Teil der Einrichtung erklären. Das spart sowohl das Selbstputzen als auch jegliche Reinigungshilfe. Was ist deine schlimmste Neurosen, Martin? Was ist meine schlimmste Neurosen? Ne, ne, ne. Jetzt will ich hier Ihnen fragen. Ich weiß es nicht. Was ist eine Neurose? Ein Tick? Eine Macke? Ja. Ja, ich finde es wichtig, dass Türen geschlossen sind in Räumen. Aber mein Gott, wenn ich jetzt im Schlafzimmer liege, finde ich es gut, wenn die Tür zu ist. Ich finde es nicht gut, wenn die Tür auf ist. Nachtlicht? Nein. Ich liebe die Nacht. In meiner alten Wohnung hatte ich so eine coole Dusche mit so integriertem Radio. Da habe ich dann nachts geduscht und mit so ganz krass lauter Klassikmusik, was echt so ein Horrorgefühl ist. Und du ganz laut so Beethoven nachts hörst halb eins und dann unter der Dusche stehst im Dunkeln. Das mag ich echt gut. Hubert K., 80er Jahre Star, der sortierte immer alles in rechte Winkel. Wenn er irgendwo reinkam. So weit ist es noch nicht, oder? Bei dir ist es zum Beispiel Wörter. Wenn ich jetzt Wörter sehe, irgendwo steht was geschrieben, dann wäre zum Beispiel da Fritz Cola. Das sind wieviel? Fünf, sechs, sieben, also neun Buchstaben. Das nervt mich. Das müssten zehn sein. Wirklich? Aber es ist halt nicht so schlimm, dass es eine Neurose ist. Das geht aber schon in eine heftige Richtung, finde ich. Aber es ist ja nicht so, dass es mich wahnsinnig lange beschäftigt. Ich suche mir dann sofort ein neues Wort, dann mit das zusammen, dann gerade. Du hälst und zwölf. Geht das denn? Das ist ja ganz schlimm. Bei neun, bei Weltweite. Dann hast du 6, 7, 8, 9, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24. Alles gut. Alles gut. Gut, dass ich mal gefragt habe. Zum Schluss dieser Folge noch ein Service für Leute mit der gleichen Neurose wie Materia, die Buchstaben unseres Abspanns hier zählen und gucken, ob dabei eine gerade oder ungerade Zahl rauskommt. Vers które die Hülle sind. Verschm 있으면 mich ab. Als wäre es das, wenn die Hülle ist, die Hülle ist. Nämlich will mich gleich über die Hülle. Es wird den Kine entdeckten. Der Kine entdeckte. Er hätte was schon mal einer Zeit zum Schluss. Ich hätte die Hülle ist es, und so auf dem Weg verschwachen. Untertitelung des ZDF, 2020